Ich schwitzt ab die Tage. Vielleicht auch bei mir im Garten, weil ich den einen Samstag habe ich abends noch die Terrasse sauber gemacht und am Sonntag habe ich den Stall sauber gemacht. Ich hoffe, das stört dich nicht, wenn das Gespräch unter den Seitungen drauf ist. Eigentlich nicht. Du kannst gerne einen Aufruf machen. Ich brauche noch jemanden, der das Dach deckt für die Schörfe. Das könnte ich als Speisehörer machen. Dann kann ich nicht sagen, siehst du, das meinte ich. Gut, dass ich aufgenommen habe. Oh, es ist schon jetzt in so weit. Nein, dass hier doch alles von mir drauf liegt. Ich gucke, ob man das. Hast du denn noch Zeit? Siehst du, genau stehe ich da immer am Punkt und nehme immer auf. Deswegen will ich da mal den. Guck mal, ob du das hast. Dann hat der Auseinanderschritt bei Versprittung. Kann sein, weil hier steht 17 Minuten und Versprittung steht hier nichts. Dann müssen wir doch nicht lange stehen. Das ist mir immer so cool. Ich finde das immer so merkwürdig, wenn man hier rumfliegt. Jetzt ist es ruhig, ist gut. Kannst du wieder von mir jetzt? Kannst du jetzt gleich mal nicht verletzen, ich will dann doch mir noch mal ein bisschen gleich.